Warum machen Sie nicht einfach nur, also bei dem Schachbrett leuchtet es mir ein, damit kann man auch spielen, aber wenn ich mir jetzt hier diese Bambusstämme ansehe, warum macht man nicht einfach ein schönes Bild, 2D-Bild, so wie es bei mir im Wohnzimmer auch hängen würde. Bei dem Wallab geht es letztendlich wirklich darum, dass ich etwas zum Anfassen habe. Die Haptik steht da im Vordergrund, dass ich ein authentisches Material habe, das ich nicht nur anschauen kann, sondern wirklich auch anfassen kann.